Liebe Mitglieder des BBK München und Oberbayern, wir freuen uns sehr, dass die Datenbank KünstlerInnen und die Datenbank Kunst und Bauen nun online sind. Mit den Datenbanken bietet der BBK seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit Werkfotos und Kurzvita nun auch online der Öffentlichkeit vorzustellen und zu euren eigenen Homepages zu verlinken. Die Datenbanken bieten euch einen schnellen Zugang zu Werk und Vita und stehen euch den Mitgliedern des BBK kostenfrei zur Verfügung. Über die Homepage des BBK München und Oberbayern sind die Datenbanken unkompliziert zu erreichen. Hier dürfen sich alle Mitglieder für eine oder beide Datenbanken registrieren. Nach einer Überprüfung wird der Zugang freigeschaltet und ihr könnt euch ein Profil mit Vita, Fotos eurer Bearbeiten und Werkinformationen anlegen. Euer Profil könnt ihr jederzeit bearbeiten und aktualisieren. So sieht die Startseite der Datenbank aus. In der Rubrik KünstlerInnen kann man sich entweder die Datenbank ansehen, sich einloggen, um Änderungen am eigenen Profil vorzunehmen oder sich komplett neu registrieren. Wenn ihr euch hier registriert, gibt es wenige Pflichtfelder wie Name und Kurzvita. Dann müsst ihr auswählen, ob ihr euch nur für die KünstlerInnen-Datenbank oder auch für die Kunst- und Bauendatenbank registrieren wollt. Dies lässt sich später auch wieder ändern. Mit einem Klick auf Registrieren wird euer Datensatz gecheckt und euer Nutzerkonto angelegt. Mit einer E-Mail werdet ihr dann über die erfolgreiche Registrierung benachrichtigt und bekommt einen Link zu eurem Login. Jetzt könnt ihr euer Profil verwalten. Nachdem ihr Angaben zu euch und eurem Werk eingegeben habt und im Idealfall qualitative Abbildungen hochgeladen habt, müsst ihr nur noch auf Speichern klicken. Wer sich auch für die Rubrik Kunst und Bauen interessiert, kann hier ebenfalls sein Häkchen setzen. Auch KünstlerInnen ohne Kunst- und Bauen-Erfahrung können das gerne tun. Der Bereich Kunst und Bauen ist nicht öffentlich zugänglich und wird nur beteiligten Personen der Kommission angezeigt. Wir freuen uns, wenn sich alle Mitglieder des BBK München und Oberbayern hier präsentieren und vernetzen.